Hi Leute, kurzer Nachtrag, damit ihr es versteht. Natürlich darf ein Auto Parkgebühren verlangen. Meinetwegen 10, 20, meinetwegen auch 100 Euro. Das ist mir wurscht. Das ist ja sein Privatgelände, kann er machen, wie er will. Ich muss halt damit einverstanden sein. Wenn ich damit nicht einverstanden bin, darf ich da nicht parken. Das ist doch eine ganz normale Sache in so einer Marktwirtschaft. Angebot und Nachfrage. Er hat das Angebot und wenn ich da nicht nachfrage, dann hat es sich erledigt. Für mich jedenfalls. Und für mich hat es sich erledigt. Genau wie eine 3-Euro-Dusche, da ist die Schmerzgrenze erreicht. 4 Euro bezahle ich nicht. Ich bezahle auch keine 3,50 Euro, das mache ich nicht. Das Produkt ist mir einfach zu teuer. Ihr kauft ja auch nicht wahllos einfach irgendwelche Sachen. Bloß weil ein Händler das aufruft, den Preis. Also eine Tafel Schokolade für 4 Euro würdet ihr auch nicht mehr kaufen. Wenn sie jetzt 1,50 Euro kostet. 1,50 Euro hat im Jahre 2005, als ich angefangen habe zu fahren, übrigens eine Dusche gekostet. Mittlerweile kostet eine Dusche 3 Euro. Aber weder mein Gehalt hat sich erhöht, noch die Spesen. Die Spesen sind 24 Euro pro Tag. Die gibt es steuerfrei. Die sind dazu da oder sind mal dazu gedacht gewesen, dass man sich davon unterwegs verpflegen kann. Essen kaufen, duschen und sowas. Alles mögliche. Und gut, 2005, beziehungsweise die Spesen, die sind seit 50 Jahren nicht erhöht worden. Es waren mal, weiß ich nicht mehr, 48 Mark. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, ist auch scheißegal. Also auf jeden Fall sind diese Spesen seit 50 Jahren nicht erhöht worden, als damals noch ein Kaffee eine Marke kostet hat. Und heute kostet ein Kaffee auch 3 Euro. Also von daher, das relativiert sich überhaupt nicht. Die Schere geht immer weiter auseinander. So, alles ist teurer geworden, bla bla. Und die Leute, die Fahrer, die brauchen ihre Spesen, um die Wasserrechnung zu bezahlen zu Hause oder um den Kindern neue Schuhe zu kaufen. Wer alleine lebt, ja, der kann sich gerne meinetwegen und sich um nichts kümmern muss, der kann meinetwegen gerne sein ganzes Geld auf dem Auto verfressen, das ist mir egal. Aber der Otto-Normalfahrer kann es halt nicht. Ist halt so. Da muss man halt mal gucken. Deswegen macht man sich ja auch das Essen unterwegs und so, weil man kann es sich nicht leisten. Und außerdem, wer will jeden Tag Pommes und Bratwurst auf einer Raststätte fressen? Keiner. Keiner. 10 Euro Parkhübe bezahlst du? Ja, davon kriegst du davon. Selbst wenn du diese 10 Euro komplett verfressen könntest im Restaurant, für 10 Euro kriegst du immer nur einen Teller Nudeln. Und wenn du mal einen Schnitzel haben willst, dann musst du schon auf 13 erhöhen. Und wenn du dann noch was zu trinken haben willst, bist du schon bei 16. Also von daher, es geht nicht. Das kann man sich nicht leisten als normaler Fahrer. Ja, es gibt vielleicht auch Fahrer, die dann ausgezahlt 2.500 oder 3.000 Euro kriegen. Was weiß ich, gibt es ja alles. Aber ich gehöre da nicht zu. Und die meisten gehören da nicht zu. Auf den Autohöfen stehen gerne die ausländischen Fahrer rum, weil da bezahlt es der Chef. Die legen ihre Tankkarte vor, da wird alles bezahlt, was sie wollen. Das ist völlig wurscht. Der Chef bezahlt das schon. Die fahren ja allzu niedrig. Das haben die wohl anscheinend noch lockerer mit drin im Preis. Also mein Chef bezahlt es nicht. Zumindest hat er mir noch nie gesagt, komm her Sascha, hier hast du die Kohlen wieder. Nein, das machen auch die wenigsten. Die wenigsten Chefs bezahlen diese Parkgebühren. Gibt es auch, natürlich, gibt es alles. Gibt alles, für alles Ausnahmen. So wisst ihr Bescheid. Ich wollte halt nur gesagt haben, dass es mir zu teuer ist. Mir persönlich ist es halt zu teuer. Und deswegen bezahle ich das nicht. Das ist eine ganz einfache Sache. Dann stinke ich halt noch ein bisschen. Oder ich wasche mich. Das regt mich zwar auf, das kotzt mich an. Weil dann bist du nicht besser als die anderen Stinke-Fahrer. Weil manchmal hast du ja Fahrer dabei, die stinken wie die Pest, weil die seit zwei Wochen nicht geduscht sind oder so. Aber ich kann es nicht ändern. Ich versuche dann immer bei Firmen zu duschen. Da ist es dann umsonst. Obwohl ich auch schon eine Firma gesehen habe. Die wollten auch zwei Euro haben für eine Dusche. Da zocken die ihre eigenen Fahrer ab. Das ist ein Witz für eine Dusche. Ich glaube es ja nicht. Na gut, ist egal. Gibt es halt alles, wie gesagt. Die Leute versuchen halt überall ihr Geld rauszuholen. Und alles auf Kosten der Fahrer. So wisst ihr Bescheid. Zu den Parkgebühren im Industriegebiet. Das ist natürlich eine Frechheit hoch drei. Das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Ich kenne auch keine andere Stadt, wo das ist. Anscheinend hieß es wohl, die haben die Parkgebühren eingeführt, weil da immer so viel Müll hingeschmissen wurde. Ja, der musste halt mal Papierkörbe aufstellen. Mülleimer hinstellen. Es gibt genug andere Industriegebiete, wo Mülleimer stehen. Und da fliegt nicht so viel Dreck rum. Und dann sagen sie noch, ja, die Fäkalien. Naja, nun, wenn so ein LKW nur mal elf Stunden an der Seite steht, da sitzt ein Fahrer drin, der muss irgendwann mal kacken. Und was macht er in seiner Not? Ja, er kann es ja nicht wieder hochziehen und runterschlucken. Also muss es irgendwo hin. Dann scheißt er da neben seinen LKW. Was soll er machen, wenn kein Dixi da steht? Also es gibt auch andere Dinge, wo ein Dixi rumsteht. Wisst ihr Bescheid. Also es ist ein hausgemachter Problem. Ich kann es nicht ändern. Trotzdem, an Autobahnabfahrten, guckt mal da, wie viel Müll da auf diesen Autobahnabfahrten rumliegt. Und das ist nicht nur LKW-Fahrermüll. Also von daher ist es völlig egal. Die Leute schmeißen überall ihr Müll weg. Das sind nicht nur LKW-Fahrer. Das ist vollkommener Quatsch. Und an Autobahnabfahrten macht es auch die Stadt weg. Oder wer auch immer. Die Allgemeinheit halt bezahlt es. Warum soll das im Industriegebiet anders sein, bloß weil da LKW-Fahrer stehen? Ach, das ist alles ein Witz. Außerdem war das mit dem Leute, kannst alle Leute in den Sack stecken und mit einem Knüppel draufhauen, triffst du mal den richtigen. Das ist eine Redensart. Das ist ein Witz. Kommt nicht auf die Idee, die Leute da jetzt zu jagen oder so. Das wäre ja auch Quatsch. Das war kein Aufruf, um Gewalt anzustacheln. Gewalt ist sowieso immer das allerletzte. Das macht man nicht und fertig. Lass es sein. So wisst ihr Bescheid. Das war jetzt nochmal... Ach, jetzt kurz ist auch noch wieder fünfeinhalb Minuten geworden. Na gut, Schatz, lass das. Ach, jetzt bist du auch noch im Video. Na ja, schöne Grüße aus meinem Zimmer. Das da oben ist meine Lampe und das andere ist ein Rauchmelder. So. Und das Geräusch sind die... ist die Kopfhaut von meiner Freundin. Macht's gut, Leute. Ich wünsche euch was. Tschüss. Oh, jetzt ist mir auch die Hand eingeschlagen.